Okay, ich charge, dann gibt es jetzt halt den Taunt Er chargt auf jeden Fall Full, das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass er nicht so krass ist Weil Full Charge macht man eigentlich nicht Gerade am Anfang gibt es bessere Options hier Genau, wie man sehen kann, hat es nämlich sehr viel Lag und er kann auch kaum draus kommen My man is getting skill checked Ah, schade Hat aber auch so schon ausgereicht Ja, perfekt Oh, das war der falsche Button Das war klar, ja Damn, ey, da tut mir jetzt gerade irgendwie ein bisschen leid hier Weil es sieht wirklich nicht gut aus Oh, da kann ich vielleicht abwehren Ey, wie, das ist schon GG Wir haben gerade erst angefangen Und es sieht schon so aus Ja, ne Alter, der muss echt aufpassen, sonst gibt es hier Shieldbreak noch Backyard maybe Oh ja, die haut rein Komm, der Sniper Ja Okay, das war nice Oh mein Gott, Alter Der kriegt jeden Stock, kriegt er einfach einen Clip ab, Alter Ich verstehe den Gameplan von ihm nicht so ganz Aber wir lassen ihn mal machen Der abhielt auch immer richtig high, da kann ich einfach immer hinterher gehen Ah, damn, Alter SDI-Profi Damn, er ist tot Er war schon bei über 100%, oder? Insane, Samus Insane Bro, it is over, Alter Den Attack on Titan Trailer reagieren möchte Der ist zum Tischtennis Oh, es hat auch gekommen, oh, Alter Wie clean Das wäre jetzt halt Also entweder ist es halt ein witziger Zufall Oder es ist wirklich so Aber Josef ist jemand, der benennt sich irgendwie Tausendmal um, Alter Bist du nicht, okay Hätte halt wirklich sein können, ey Aber dann ist es, dann ist es krasser Zufall Weil eben Meine Frage an ihn war so Sollen wir uns den Trailer Direkt, wenn ich zu Hause bin Anschauen Oder am Ende meines Streams Und Alter Erstmal wieder hier Komplettkrank Kombo Irgendwann mein Young Link Ist einfach am Start Äh, und genau Er ist noch beim Tischtennis Deswegen Habe ich dann gesagt Ja, mach was nach dem Stream Ah Mist Ich hätte Full Jab machen müssen Alter Wildes erstes Game mit Young Link Auf jeden Fall Einfach Jet-Tile-Trade hier Clean, Alter Und weg mit dir Nice So ein entspannter Stream Nach einer kalten Dusche Und zwei Stunden Tischtennis tut schon gut Safe Einfach ein bisschen chillen Nichts mehr Anstrengendes machen Hier Zuschauen Wie Young Linkshombos Einfach mal wieder Absolut in Zähne sind Hier Ja Eigentlich wollte ich die Aufheben, aber okay Siehst du Der Young Link ist Am Schmufen, ey Ich bin überall Aggressiv am Start hier Oh, Luna ist auch da Echt? Bist du gejoint? Nice Wir haben jetzt auch schon länger nicht mehr gezockt, glaube ich Also natürlich nicht so Extrem lange her, aber halt Verhältnismäßig Alter, seht ihr das? Das geht ab, man Young ist einfach ready Oh, das hat noch gekommen Und Alter Amen Einfach wieder B-Button Spam her Ja Mann Sehr schön Weiter, komm Nice Ich hatte einfach noch Zeit gehabt Hart Endlich ab, er ist einfach Das war's Nice Eine misplaced Abbiegen Alter Von den Kombos her Könnt man denken Ich wär hier der Schoto Kleiner Parry Einfach zerstört Mit F-Smash Ja Mann Alter Das hat noch Gekommen Hier seh ich auf jeden Fall Schon mal Ein bisschen Einen Leck Fangen wir mal Dass der noch weg geht Sieht jetzt schon mal Besser aus hier Oh, nice Ja Das war nur der Wicked Schade Sniper Nice Das ist zu stark So knapp drüber gejumpt Ja Multi-Hits Oh, der Sniper wieder Und ja gern Komm nochmal Weil es so schön war Ne Leider nicht Alter Bisher nur 15% Das geht gut ab Komm Die 15% Behalten wir bei hier Ja Es sieht auch gut aus Ja Einfach durchgeboxt Alle Keine Maschine Damn Junge Wir haben die 15% Beibehalten Nice Kann man machen Okay Dann probiere ich auf jeden Fall Auch hier nochmal Den Young Der könnte es ja sogar Gewinnen Ist glaube ich Der beste Teilnehmer Damn Junge Es ist so schön Wenn das klappt Dann GG's Gehen warten Ah nice Highry carry Ja Wollte auch ein bisschen mehr machen Oh Es ist mir trotzdem erlaubt Alter Die Anlink einfach gestört Und Sammy was geht Willkommen streamen Oh und Chief Dann haust du rein GG's und wie immer Danke fürs mitmachen Bomberan Oh Hat mich nicht gesaved Das war schön Was war das denn Hat Hat Mutiert Ja Absolut Clean Alter So Alter Ist das insane Lo Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017